wir gucken uns heute mal so ein kleines zoom g1 vor an das dinget mit mit und ohne expression pedal wir haben ein günstiges kleines einsteiger multi effekt gerät was schon alles an sounds mit drin hat also alles an serran modulation effekten hals und delays wir haben eine kleine schlachtisch begleitung und einen looper sowie ein stimmengerät mit an bord gucken wir mal rein den tasten pfeil hoch pfeil runter gehen wir also durch die sounds fertig programmierte sounds nennen wir presets und so gehen wir die einfach nummerisch schalten wir hoch und schalten wir runter wir sehen immer wo wir uns befinden und wie der sound heißt wo wir uns befinden und wie der sound heißt mit dieser taste hier sieht man den kreis schon so angedeutet gehen wir quasi im kreis zwischen den gespeicherten sound da sind wir gerade den einzelnen effekten zum durchschalten oder das ganze zum einstellen das heißt jetzt bewegen wir uns durch die presets jetzt hören uns quasi der reihe nach die einzelnen effekte an und jetzt würden wir quasi einfach nur die ganze signal kette einmal durch stoppen für zu gucken weil das da alles so schönes gibt die unsere kette besteht aus 12345 trätern zum beispiel und wir wählen jetzt welcher treter welcher effekt auf knopf eins ist auf die ersten positionen in der signal kette und auf der zweiten position und auf der dritten position auf der vierten auf der fünften und so weiter und so fort wir vergeben also die einzelnen positionen stellen diese ein und haben so ein preset mitgebaut dann haben wir schlagzeug und wir haben eine lupe sobald wir den loop mode gehen haben wir hier mit immer eine taste record bis wir sagen stopp und eine taste play bis wir sagen stopp hier haben wir noch ein pedal da kann man frei wählen welche funktion er haben soll bei einem expression pedal haben wir immer die möglichkeit da volumen drauf zu legen wawa bei modulation effekten die geschwindigkeit dessen bei delay zum beispiel die zu mischung der geht der 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 intensität des delay ist oder bei dem hall ebenfalls und bei der zerre kann man hier sogar das game drauf legen das gerät ist mit und ohne expression pedal erhältlich bei einem zoom g1 vor haben wir also die auswahl es gibt das gerät mit und ohne expression pedal und weil wir ja ja nicht alle e-gitarre spielen gibt es das ganze auch noch für bass oder sogar noch für akustische instrumente das heißt für akustik gitarre strächer bläser für jeden hier wird das passende zoom g1 wenn euch das video gefallen hat zeichnet mir und lasst mir gerne daumen da wer sonst noch was gerne zum thema effekt und sound lernen will guckt vielleicht mal rein bei wastelswelt wer uns noch nicht kennt abonniert uns doch gerne ansonsten wünsche ich viel spaß beim musik machen och 1 1 2 2 oder 2 2 2 3 4